Und jetzt geht es weiter bei uns mit der Most Company und Winterwunderland. Die Glocken klingen erst wie schön, überall glitzert Schnee, schaut wunderbar aus, da bleibt man ins Haus, wir gingen durch ein Winterwunderland. Die Wege sind schon ausgeflogen, sind schon alle Richtung Süden zogen. Es wird wunderschön, spazieren geht im Schnee, wir gingen durch ein Winterwunderland. Dann bauen wir gemeinsam nur einen Schneemann, wir stellen uns vor, da ist ein Pfarrerbraun. Dort, wo jeder Fohler weit sehen kann, alle kommen um uns zu schauen. Und ein letztes Mal, nur für Heia, legen wir an und uns feiern. Dort legen wir noch zusammen, schauen uns zwei Lied an, wir gingen durch ein Winterwunderland. Und ein letztes Mal, nur für Heia, legen wir an und uns feiern. Dann legen wir an und uns feiern, schauen uns zwei Lied an, wir gingen durch ein Winterwunderland. Es wird wunderschön, spazieren geht im Schnee, wir gingen durch ein Winterwunderland. Wunderschön, spazieren geht im Schnee, wir gingen durch ein Winterwunderland. Die Moskompany mit dem Winterwunderland, vielen Dank, ich darf natürlich mit der Schwindel. Schauen wir mal, ob alle da sind, kurze Kontrolle. Dominik Grubenthal, Benjamin Ziesler, Lukas Salzer, Klaus Heinzel, Robert Kershbaum und Manfred Aschauer, Philipp Schagerl. Keinen vergessen, hervorragend. Der Name sagt's, ihr kommt aus dem Moskviertel. Dominik, ich hab gesehen, du hast Musikerziehung studiert. Wen wolltest du denn erziehen und was ist es dann geworden? Ich bin gerade dabei, Leute zu erziehen in der Musik. Nämlich in Simmering in Wien, in einer Schule, in einem Gymnasium, darf ich unterrichten. Seit letztem Jahr, heuer das zweite Jahr, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich hab Unterstufenklassen. Sind das alles Fans von dir dann, die doch wissen, der Dominik singt in einer Band? Hoffentlich. Weißt du, verteidst du keine Autogramme während? Im Unterricht nicht, nur in der Pause. Lauter studierte Musiker, wer übt denn am fleißigsten von euch? Dürfen wir das sagen? Ich schau mal in Richtung Bläser. Ja, nein, kein. Die schauen weg. Okay. Wir haben es nie aufgeschrieben. Wir verlassen es immer drauf, dass alle üben. Was steht denn auf eurem Christkindlbrief? Steht da drauf, ein Nummer-eins-Hit oder was hättet ihr denn gern? Naja, schön wär's. Also, auf unserem Christkindlbrief steht für 2019 einiges. Das ist auch unsere To-Do-Liste. Da steht ganz viel an. Da steht ein Album an, da steht eine Single an, die Mitte Jänner erscheinen wird, die wir vorher schon gespielt haben. Niemals genug. Und viele Konzerte, hoffentlich werden es noch mehr. Und ja, wir freuen uns auf 2019. Ich drücke euch die Daumen, dass alles gut läuft. Most Company. Wir werden auch noch von euch mehr hören. Und ja, wir werden auch noch von euch mehr hören.